Man muss wissen, dass Geld erst entsteht, wenn jemand einen Schuldvertrag unterschrieben hat. Er geht zu einer Bank, sagt, ich hätte gerne etwas Geld, ich brauche einen Kredit. Hier ist der Kreditvertrag, ich verfende auch mein Haus und jetzt möchte ich bitte Geld haben. Dann ist es am nächsten Tag auf seinem Konto. So entsteht Geld. Die Bank hat den Schuldvertrag, der Kreditnehmer hat das Geld auf dem Konto. Also, es ist entstanden aus nichts. Es war vorher nicht da. Ich muss zugeben, dass das sehr schwierig zu verstehen ist. Aber es ist das, wie heute alle Banken funktionieren. Es gibt keine Quelle des Geldes. Das Geld war vorher nicht da. Es ist nicht zur Bank gekommen und die Bank hat es dann dem Kreditnehmer gegeben, sondern die Bank schafft dieses Geld wie ein Schöpfungsakt. Sie macht dieses Geld und hat dafür dann den Kreditvertrag in der Tasche. Es gab das Geld vorher nicht. Es gibt keine Quelle. Der Kreditnehmer verspricht, den Kredit zurückzubezahlen. Und die Bank verspricht, sie tut es dann auch, ihm das Geld auf seinem Konto gut zu schreiben. Diese beiden Dinge bedingen einander und entstehen gleichzeitig in einem Verfahren, mit einer Buchung unter Entgegennahme des Kreditvertrags. Sofern Leute überhaupt so weit eine Vorstellung haben, denken nun die meisten Leute, das Geld kommt von der Zentralbank. Die Zentralbank schafft das Geld. Sie hat die Freiheit, das zu tun, kann es frei in die Bücher eintragen. Und per Kredit gibt die Zentralbank das von ihr geschöpfte Geld an die Banken. Und die Banken geben das an ihre Kunden weiter. Dem ist aber nicht so. Das ist in Wahrheit sehr viel komplizierter und teilweise ganz anders. So wie eben beschrieben, gilt das residual nur noch für das Bargeld. Also für die Banknoten und darin eingeschlossen auch die Münzen. Das Geld entsteht bei privaten Geschäftsbanken als Schuld in der Kreditvergabe. Es ist ein verzinster Schuldschein, was sie in der Tasche tragen. Es ist kein positiver Wert. Was heißt das? Das Geld entsteht bei der Kreditvergabe und war vorher noch gar nicht da. Wir werden dann sehen, das passiert einfach mit einem Buchungssatz. Kreditgeld, Schuldgeld ist also kein positiver Wert, sondern es ist ein verzinster Schuldschein, der in die Welt kommt, wenn sie bei einer Bank einen Kredit gewährt erhalten. Das ist dann Geld, das neu entsteht durch die Kreditvergabe und vorher nicht existiert hat. Das ist nicht das Geld der Sparer. Das Geld der Sparer wird investiert. Das wird angelegt auf den Finanzmärkten. Es wird aber nicht als Kredit weitergegeben. Das ist ein Kindermärchen. Das stimmt so nicht. Diese Buchungssätze werden weltweit so verwendet. In den Vereinigten Staaten, in Japan, in Europa. Es ist überall das Gleiche. Es ist ein absurder Buchungssatz. Und was ist das Problem dabei? Es wird auf die Art und Weise immer nur das Kreditkapital erzeugt. Und nie das Geld, das man eigentlich benötigen würde, um die Bankzinsen zu bezahlen. Anders gesagt, die Bankzinsen existieren nicht in der Geldmenge. Zinsen können also mit Geld nicht bezahlt werden. Womit dann? Ja zum Beispiel mit ihrer Kreditsicherheit. Nicht mit Geld. Denn für die Zinsen wird es leider nicht erzeugt. Und das ist auch der Grund, warum die Realwirtschaft permanent im Wettbewerb stehen muss. Die Konkurrenz, der sogenannte gesunde Wettbewerb, entsteht einfach nur deshalb, weil die Unternehmen der Realwirtschaft permanent um Geld kämpfen müssen, dass sie anderen abnehmen, um damit die Zinsen ihrer eigenen Banken bezahlen zu können. Jeder stiehlt sich gegenseitig Geld aus dem Kreditkapital, um Zinsen zu bezahlen, weil die Banken dieses Geld für die Zinsen nicht erzeugt haben. Generalgeld ist also Geld, das nur im Computer entsteht, durch einen Buchungssatz. Und es hat nicht die Qualität, aus rechtlicher Sicht Geld zu sein. Rechtlich ist Geld nur Münze und Banknoten. Und das beschert natürlich den Banken heute die Probleme mit dem möglichen Bankrand. Denn wenn alle Sparer auf der Bank ihr Geld beheben wollen, in Form von Münzen und Banknoten, dann funktioniert das nicht. Unser heutiges Geld ist ja nur noch Informatik, das sind ja nur noch Bits und Bytes ohne Eigenwert, wird aber insbesondere durch die Kreditsicherheit, also Eigentum des Kreditnehmers, so behandelt, als hätte das Geld wirklich einen Wert. Wenn also die Kreditrückzahlung plus Zinsen nicht gelingt, was systemisch in unserem System sowieso nicht geht, verliert der Kreditnehmer sein Eigentum und nie die Bank. Die Bank liefert wertloses Geld, wenn die Rückzahlung nicht gelingt, unter anderem aus dem Grund, weil für die Zinsen das Geld gar nicht erzeugt wird, dann verliert aber der Kreditnehmer sein Eigentum. Geld ist kein positives Vermögen. Geld entsteht heute in einem Buchungssatz jeder privaten Geschäftsbank, durch eine sogenannte Bilanzverlängerung. Das heißt, ein privater Mensch oder ein Unternehmer, der sich bei einer Bank oder einer kleinen Sparkasse Geld ausleiht, der bekommt nie das Geld eines Sparers, sondern das Geld hat vorher noch gar nicht existiert. Es ist ein Buchungssatz. Forderung an Verbindlichkeit. Und zwar beide Male an denselben Menschen, den Kreditnehmer. Und das ist, und ich bin ja Rechnungswesen-Professor, ziemlich pervers. Das muss man so sagen. Denn die Bank hat eine Forderung, die sich verzinsen lässt, und gesteht bilanzrechtlich gleichzeitig ein, dass sie noch nicht geliefert hat. Denn eine Verbindlichkeit heißt, ich bin das, was ich eigentlich liefern wollte, nach wie vor schuldig. Und eine Forderung mit einer eigenen Schuld zu begründen, ist zumindest nicht sehr schlüssig. Banken können faktisch aus dem Nichts Geld produzieren. Sie können Geld und damit, oder Kredit und damit Geld produzieren. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Kreditmenge, aber auch die Geldmenge, auf der einen Seite explodiert ist, gegenüber der realen Güterwirtschaft. Und das führt dazu, dass wir mit immer mehr Kredit und damit Geld Wirtschaftswachstum produzieren müssen. Und das Sparen von irgendjemandem und die Kreditvergabe anschließend nichts miteinander zu tun hat. und die Kreditvergabe anschließend